Hallo Messerfreundinnen, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Denn das Messer wurde ja schon ausreichend vorgestellt aber ich will es mir nicht nehmen lassen das auch noch kurz in die Kamera zu halten. Wir haben hier ein Manly. Das war nicht das Comrade sondern die Fixed Blade Ausführung davon. In dieser wunderbaren Ausführung mit diesem schönen das war ja das Walnussholz. Das sieht richtig schick aus. Aber Stahl, schön der 1,23,79 also sprich D2 Stahl. Ein super Stahl für Feststehnesmesser und schön das gefällt bestimmt dem Stefan. Dezent gelabelt hier winzig klein Manly drauf und hier drüben winzig klein der Stahl das reicht ja auch. Aber schön ausgesuchte Holzgriffschalen da dran. Kommt in der Kydex, der Kydex Gürtelschlaufe dazu. Schöne Bedienungsanleitung oder was heißt Bedienungsanleitung, technische Daten. Deutscher D2 Länge 91 Millimeter, 4 Millimeter stark, 25 Millimeter hoch, Schärfewinkel cool, 60 HRC, Spatrate 210 Millimeter Gesamtlänge, 160 Gramm Walnuss. Sehr schön und das war ja so eine Special Edition vom Dirk Wanger Shop. Da gab es nämlich dann auch noch optional Lederscheiden mit dazu was natürlich so ein Messer gerade mit diesen schönen Holzgriffschalen ein bisschen besser steht als hier die Kydex. Schön am Kürtel, auch praktisch, aber rein optisch ist das hier natürlich um welten schöner in einem Lederetui das zu verpacken und am Kürtel zu tragen. Patriot, werden wir mal ausprobieren. Handlage ist klasse. Holz, liegt wirklich angenehm warm in der Hand. Tolles Messer. Ok, an der Stelle, Grüße gehen an dich raus Stefan. Prima Buddy und Fuwa Forest Film Supporter. Gut, wir supporten uns immer gegenseitig mit Postsendungen, bloß das letzte Stefan. Das war wieder ein bisschen übertrieben. Ohne Scheiß. Hey, du bist der Hammer. Ok. Schönes Messer. Cool. Ok. Ganz kurz und bündig. Ciao. Macht's gut. Euer Hebeli.